Ahoi, wir sind's, die Dresdner Piraten. Da unsere Videopräsenz in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen vernachlässigt wurde, haben wir jetzt eine große Mitteilung für euch. Wir sind wieder da! Und was erwartet euch dann jetzt hier in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren? Das wird eine ganze Menge. Und was wir tun, das sind viele verschiedene Dinge. Ab sofort werden wir auch hier unseren Piraten-Podcast veröffentlichen. Dort erfahrt ihr das Neueste aus dem Stadtrat, aus den Stadtbezirken und von Aktionen auf der Straße. Des Weiteren findet ihr hier raus, wie wir ticken. Welche Positionen nehmen wir ein zu verschiedenen gesellschaftlichen, politischen Themen? Sei es jetzt in der Stadt, sei es im Land, sei es auch im größeren Kontext. Das verraten wir euch hier. Im Dritten erklären wir euch so manche Sachen aus dem Bereich Politik und Gesellschaft. Da man sich schnell mal im Dschungel dieser ganzen Fachbegriffe verirrt, halten wir es für sinnvoll, hier ein paar Kernthemen unkompliziert, einfach und verständlich darzulegen, sodass wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Ihr seht, wir haben uns einiges vorgenommen. Wenn ihr genauso große Lust auf diese Projekte habt wie wir, dann unterstützt uns mit euren Kommentaren hier unter diesem Video, eurer Anregungen über unsere Social Media Kanäle oder trefft uns direkt hier vor Ort in Dresden. In diesem Sinne, bleibt dran, bis zum nächsten Mal!